So, ich wollte meinen Meister schlagen, der hat noch recht Der Meisterschlag ist deine einzige große Widerakten, die ich da Hörzüge, Hörzüge heben, Hörzüge heben auf den Stift schlagen Na, voll, ich hatte was Leck Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Nicht so fun. Das war's. Das war's. Z. Z. ZZ. Z. 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 Ich muss in Reichweite kommen, entschuldige mal Ich wollte die APR machen Aber scheiße, freuen die Super Bisher werden wir die decken Head direkt dahinter Ja, da bin ich Das war jetzt nicht schlecht Ja Christian, du links und rechts, ja? Ja Ich denke zuerst Okay Du hast ja ein Tank jetzt Ich weiß doch nicht so, aber Vielleicht haben wir das volle Weg Jetzt zieh ich Weil du hast Er braucht hatten wieder Er tut uns aufschreien Na, dann sieht man das hier Ich geh mal weiter Jetzt Ja, spot mal Ab Still Wo ist denn dein? Wo du noch oben auf die Klasse gehst? Ze kommt nicht, ich muss dann die Klasse dicht Später hier Ja Ich bin doch im Kopf Ich bin doch mal Ich bin doch hier Wir haben unser Tentat Nailedown. Unsere Seite noch Pappenzeug. Da sind vier Stück am Anfang. Weg gesagt. So, warten bis die Dinger sind. Sollen die Dinger kommen und bitte alle kaputt machen? Geh direkt weiter, geh direkt weiter ab da hin. Meins ist kaputt. Auch kaputt. Silent, du kriegst den auch alleine kaputt. Und hinterm Boss wird den Dinger ab. So weg, hier kommt die Dinger ab. X-Rod play. X-Rod. 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 Aufschneid Ich spotei, ja, wartei Ah, scheiße Weg hier von der Plattform Der, du gehst dann hinterm Boss lang In Runden, du gehst dann hier auf der Plattform links Aufschneid Ab Ich geh schon mal auf die andere Seite rüber für die Kugel gleich Boah, ich bin richtig der Manu Ja, ich bin richtig Wagt, du gehst Wagt, du gehst Noch mal Tora, noch mal Tora Und dann noch mal, ein letztes Mal Das, was ihr eben gemacht habt Und danach verteilen Und nur noch den Boss angerätten Einfach mit Tab Was ihr meinten auch Ja Ja Geht weiter Jetzt noch eins hinten, glaub ich Lass mich gleich verschöner Bitte sende Tentakel Jeder dann auf eine eigene Plattform Können aber von da den Boss anfallen Ja, egal auf dem Need Rain Ja Ja Egal auf dem Need Der ist, der ist, der ist wie, als wenn du vor dir stehen Vor dir stehen Äh, Tentakel sollst du hauen Erstmal Ja Ausch, eigentlich ausch, total Ich bin nicht so gut Aber Christian Der ist ja nicht so gut Das transportiert er jetzt Ja, passt schon Wollte er immer so halbe Sekunden Ja, nee, wir waren, weil wir waren so nah beieinander Ja 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 Ich hab ja die Position gewechselt Okay, dann tu schon mal eine eigene Plattform suchen Oben Soll ich bleiben, oder? Ja, du auch Jetzt Alle weg, außer Play und ich Wir nehmen die Plattform links und rechts hiervon Also lass dich frei Ja Hast du eigentlich Du kommst auch noch auf die Post drauf, oder? Oder kommst du auch auf diese Zentamen auch? Nein Wir waffen nur die Post Ja 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 Ich glaub schon, leider Aber ich kann mir vorstellen, an dem ist immer noch Und weg, wieder aus der Plattform Das sind die Schüsse jetzt hin Und Damage noch Das muss geil sein Ja Gib mir mal kurz zu Hause, ich kann mehr live Mich nicht heilen, ich kann das selber wegheilen Wie die anderen ruft ihr ja zum Beispiel, mich rausgeleiden Du Christian, nutzt eigentlich die Spottfähigkeit immer wieder wegzuziehen Ich hab nichts mehr Ich hab nichts mehr Ja, du wirst die Agro immer wieder verlieren Aber was denn jetzt? Das wars, das wars Oh, schön Und jetzt, pass auf, ganz spektakulär Warte, hä? Oh, 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 oh oh Fingere weg vom Loot Ich hab keinen Beutemeister Finger weg Ich hab keinen Beutemeister Finger weg Das wars, und ich bin jetzt scheiß wieder Ne, ich hab doch Beutemeister Meister. Ja. Du musst gar nicht anklicken. Doch. Aber jetzt, wo ein Jade aus ist, kann kein anderer mehr gucken. So, fangen wir mal an. Wir haben hier einmal Botschafter was drin.